Ja, okay, nächste Programmvorschau am Start, heute am 4.1.2022. Ich muss mich ja da immer für ein Titelbild entscheiden, habe das jetzt hier genommen. Es ist also wohl eine möglicherweise neue, wahrscheinlich noch tausendmal gefährlicher als die anderen Mutanten, da jetzt bisher in Erscheinung getreten sind, also es ist eine neue Mutante da aufgetreten. Und zum großen Glück hat ja das griechische Alphabet ganz, ganz viele Buchstaben noch, also schon allein aus dieser Tatsache oder dieser Tatsache geschuldet. Wisst ihr noch, wie lange das geht und selbst wenn dann die Namen oder die Buchstaben des griechischen Alphabets ausgegangen sind, kann man sich ja dann auch wieder anderen Abkürzungen bedienen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das habe ich dann am Schluss reingebracht, so ein richtig geiler Selbsttest, hat mir jemand zugeschickt, ein ganz tolles Vibe, ganz hervorragend, ganz bewusst, ganz aufgewacht, super, super stark, Dankeschön hierfür nochmal. Und schon alleine, auch wenn es relativ kurz ist am Ende, auch schon alleine deswegen, glaube ich, lohnt sich das Anschauen dieses Witz. Können wir dann gerne tun, bei VK, bei BitChute, bei Rumble, bei Odyssee und die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile. Tja, und dann hoffentlich, vielleicht, vielleicht, also hoffentlich, oder vielleicht hoffentlich, oder wir streichen vielleicht, hoffentlich, bis gleich. Ciao.